So, jetzt begehen wir uns für die Nummer 13 mal hier oben auf den Berg. Und zwar hier ist es. Auch ein kleines Paketchen. Wir packen das Ganze jetzt einfach mal aus. So. Und hier drinnen haben wir die Moskitos von Leslie Feuerwerk. So ein Pfeifeaufstiegartikel. Ein richtig geiler Artikel muss man sagen. Ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß damit. So Leute, heute machen wir die Moskitos wie versprochen. Im 13. Türchen. Ich habe lange mal hier einige gefunden. Ich glaube jeder kennt die. Ganz bekannt. Steiler Aufstieg. Der ist schön geflogen. Der kann uns entgegen. So, dann machen wir jetzt noch den letzten. Auch noch schön in der Luft. Da fliegen sie komisch. Na ja gut, dann sehen wir uns morgen bei Türchen Nummer 14. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.